. Ja, eigentlich ist alles gesagt. Liebe Emanuela, lange Zeit habe ich mir überlegt, was ich dir sagen soll. Ja, wie ich meine Gefühle für dich in Wort fassen soll. Gestern habe ich es dann doch noch geschafft. Ich bin spontan dein, eigentlich die Beste. Angefangen hat unsere gemeinsame Zukunft Mitte Juli 2016, wo ich dich auf Facebook angeschrieben habe. Auch nach Nächte lang, nach Nächte lang, hin und her schrieben, haben wir uns dann im Sendingsabteil sehr schön live gesehen. Und wo du dann auch noch meine Einladung für den nächsten Tag angekommen hast, um zu mir nach Hause zu kommen und nach zu essen, da habe ich gewusst, dass mit uns etwas ganz Grosses werden wird. Und heute stehen wir vor, vor Gott, von unserer Familie, ganz besonders von unseren beiden Hubern, von unseren Kollegen, Verwandten und sagen Ja zueinander. Ich möchte Sie alle herzlich begrüssen zum Hochseig von Manuela und Patrick. Wann ihr immer noch? So hübsch habe ich euch noch nie gesehen. Vor allem Manuela gefällt mir ganz gut. Ich glaube, du bist auch etwas aufgeregt. Aber wenn du nicht Ja sagen kannst, dann sage ich stellvertretend für dich. Wunderbar. Jetzt wird es etwas ernster. Noch nicht ganz ernst. Aber bevor wir dann wirklich das Ja-Wort geben, werden noch ein paar Fragen zu beantworten sein, die die Bereitschaft zur Ehe angehen. Bevor wir alle aufstehen, lassen wir wenigstens Brutpaar und Trauzeuge aufstehen. Ihr könnt ja mal frontal hier hinstellen. Mein lieben Schatz, nach so vielen Planen, organisieren und viel Vorfreude stehen wir jetzt hier. Heute ist unser Jahrestag. Heute ist unser Hochzeitstag. Heute ist unser Glückstag. Ich bin dankbar für jeden Moment, den wir mit dir und unseren Kindern haben dürfen. Für so viele schöne Erinnerungen, die wir bis jetzt schon zusammen haben verteilt. Mein lieben Schatz, ich habe mein Glück gefunden. Du bist einfach wunderbar. Du bist einzigartig, genauso wie du bist. Genauso liebe ich dich. Ich verspreche dir, ich werde alles Mögliche machen, dass du lebenslang glücklich sein darfst. Ich verspreche dir, euch. Den wollen wir jetzt dringend segnen. Segne diese Ringe und diese Brautleute im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Manuela, du bist alles, was ich mir wünsche und zusammen mit unseren Jungen alles, was ich brauche, um glücklich zu sein, denn mit dir fühle ich mich verbunden und mit dir fühle ich mich komplett. Mein lieber Käfer, ich liebe dich. Mein lieber Schatz, ich verspreche dir, ich will alles Mögliche machen, dass du lebenslangt und glücklich sein darfst. Auf ganz vielen schönen Momente, wo für immer unsere Erinnerung getroffen sind, ich danke dir von allen liebten Kaffee. Nimmst du deine Braut Manuela an als deine Frau und versprichst du ihr die Treue zu halten in guten und bösen Tagen, in Gesundheit und Krankheit und sie zu lieben, zu achten und zu ehren, bis der Tod euch scheidet. Jawohl. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Nimmst du deinen Bräutigam Patrick an als deinen Mann und versprichst du ihm die Treue zu halten, in guten und bösen Tagen, in Gesundheit und Krankheit und sie zu lieben, zu achten und zu ehren, bis der Tod euch scheidet. Jawohl. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Im Namen Gottes, des Vaters und seiner Kirche bestätige ich den Ehebund, den ihr geschlossen habt. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Im Namen des Vaters und des Heiligen Geistes. Amen. Im Namen des Vaters und des Heiligen Geistes. Amen. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Zuerst möchte ich euch recht herzlich willkommen heissen hier bei uns, an unserem Apero im Holzbefang oben. Wir freuen uns ausserordentlich, also so viel, dass wir einen Samstag trotzdem noch Zeit gefunden haben und ein bisschen mit uns hier oben anstoßen und feiern. Das freut uns wirklich sehr. Ich habe gesagt, ich wollte aber etwas Kurzes sagen. Das wäre es gewesen. Das Apero ist eröffnet. Ich wünsche euch einen guten und nochmal Danke vielmals. Die Rauzüge werden nachher auf euch zukommen, wenn es darum geht, wegen der Fötterli zu machen. Tipptopp. Danke vielmals. Vielen Dank für's Zuschauen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Das war's für heute. 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 Jeder weiss, mit wem er es zu tun hat, darin stellen wir rasch die Leute vorzustellen. Das war's für heute. 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 Vielleicht magst du noch etwas erinnern, von den Momente und Erinnerungen, die ich heute gesagt habe, die für länger oder für immer bleiben sollten. Das war's für heute. Und darum habe ich für das ein Geschenk für dich, den du jetzt erst auspacken kannst. Das war's für heute. 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 Das war's für heute.